I steht vor E, aber nach C. Hast du das verstanden? Yep! Hi Mädels! Was für ein Tag! Was? Glaubst du, ich hatte keinen harten Tag? Was? Du passt auf Josy auf! Schätzchen, sei brav! Okay! Lass mich nicht allein! Ich brauche Urlaub! Bye! Oh nein! Oh ja! Hilfe! Das wird so lustig! Warte! Willst du Schach spielen? Das ist so öde! Ich weiß! Komm hier! Wir brauchen eine Nanny! Und zwar schnell! Wir brauchen eine Nanny! Es wird sich bestimmt jemand melden! Dieses letzte Plakat ist meine letzte Chance! Ich werfe es in den Ozean! Diese Ohrringe sind so schön! Aber sie kosten ein Vermögen! Woher soll ich das Geld nehmen? Oh! Was ist das? Ein Brief? Jemand braucht eine Nanny! Das ist meine Chance, die Ohrringe zu kaufen! Hörst du Musik? Musik? Super! Was ist denn da los? Ein Erdbeben? Ein Erdbeben? Ich bin den ganzen Weg aus dem Einhornland für dich gekommen! Dad! Was sagst du? Ich weiß nicht! Wir fangen mit etwas Süßigkeiten-Magie an! Hier! Nein! Du bist nicht die Richtige für uns! Nein! Hm! Schade! Aber Dad! Glaub mir, ist es besser so! Hi! Hi! Du bist nicht der Richtige für diesen Job! Aber ich mag ihn! Nein! Gut! Das wirst du bereuen! Wir können eine bessere Nanny finden! Hi! Ihr braucht doch eine Nanny, oder? Ja, stimmt! Und du bist perfekt für den Job! Stimmst, Josy? Oh, ja! Hier ist der Vertrag! Ich hab ihn schon unterschrieben! Du bist eingestellt! Danke! Wasserattacke! Überraschung! Eine Meerjungfrau? Das ist genial! Oh, nein! Der Vertrag ist schon unterschrieben! Eine Meerjungfrau hat meinen Job übernommen? Na, warte! Hey! Dad! Du hättest ihn fangen können! Was machst du da, Josy? Ich schneide Figuren aus! Ich hab diese süßen Karten in deinem Schreibtisch gefunden! Meine Baseballkarten! Mein wertvollster Besitz! Nein! Bitte nicht! Sie sind ruiniert! Was hast du getan? Komm mal wieder runter! Josy, ich werd diese Karten nehmen! Warte! Ich hab eine super Idee! Ich brauch nur Farbe! Schneidet eine Meerjungfrau aus Schaumgummi aus! Und malt sie an! Eine neue Flosse für jeden Tag! Zeichnet ein paar Outfits und bedeckt sie mit Glitzer! Gebt viel Glitzer dazu! Meerjungfrauen lieben es zu glänzen! Leg die Meerjungfrau in ein Ozean aus Pappe! Sieh mal, was ich hab! Diese Meerjungfrau liebt es, neue Outfits anzuprobieren! Willst du es mal ausprobieren? Au ja! Danke! Danke! Das hast du dir verdient! Bald werd ich mir meine Ohrringe leisten können! Guten Appetit! Das esse ich nicht! Ich will etwas Süßes! Süßigkeiten plus Zähne ergeben Karies! Du willst doch kein Karies, oder? Isst dein Gemüse! Süßigkeiten! Süßigkeiten verwandeln Kinder in Zombies! Das stimmt doch gar nicht! Gemüse ist gut für dich! Ich will aber nicht! Josy! Beruhig dich! Ich kümmere mich um das Frühstück! Lass es dir schmecken! Wow! Das will ich essen! Lecker! Danke! Nicht zu danken! Alles läuft nach Plan! Josy! Es ist Schlafenszeit! Ich will aber noch nicht schlafen! Ich will spielen! Hilf mir! Was ist passiert? Josy will nicht einschlafen! Oh! Ich mach das schon! Ich bin müde! Träum süß! Ups! Danke! Das Meerjungfrauenmied funktioniert jedes Mal! Josy ist eingeschlafen! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Bin ich wirklich eingeschlafen? Was ist das? Wow! Eine Näherjungfrau zu sein ist der Wahnsinn! Sie hat einen guten Traum? Oh! Das gibt's doch nicht! Ich werde ihren süßen Traum in einen Albtraum verwandeln! Oh nein! Hilfe! Josy hat einen Albtraum! Ich hab eine Idee! Ich brauch Sand und Muscheln! Verzähl deine Basis aus Styropor! Und noch ein bisschen! Na bitte! Wiegt ein Stück Draht, um eine Flosse zu gestalten! Die braucht auch Lichter! Wickelt die Flosse ein und steckt sie auf einen Halter! Dieses Nachtlicht wird deine bösen Träume verjagen! Das ist schon viel besser! Oh, diese Meerjungfrau hat alles kaputt gemacht! Ich hab keine Lust abzuwaschen! Rate Josy! Du schaffst das schon! Ich hasse es, Geschirr zu spülen! Aber das tut doch jeder! Du musst da trotzdem durch! Bla, bla, bla! Dann gleich wieder da! Die vergeudet nur ihre Zeit! Schneidet einen Fisch aus Filz aus! Indem ihr eine Hand als Schablone benutzt! Näht Stoff auf die Rückseite und befestigt einen Schwamm! Bist du bereit? Schwimm rüber zu Josy! Dieser Fisch wird dir beim Abwaschen helfen! Wow, das ist ja toll! Das macht Spaß! Das Geschirr ist jetzt wieder sauber! Super! Autsch! Schön, dass es dir gefällt! Süßigkeiten, Smartphone, Schleim, Wasser... Diese Tasche ist zu klein! Was ist denn? Diese blöde Tasche ist zu klein! Ist doch nicht schlimm! Warte! Ich brauche Bänder und Pailletten! Fertig dein Gürtel mit Verschlüssen aus einem Schleifenband an! Gib deine Tasche in Form einer Flosse aus Glitzerschaumgummi dazu! Und verziert sie mit Markern! Verziert den Gürtel mit Pailletten! Und was noch? Ein Smartphone! Bring deine Hülle für das Smartphone, Fächer für Süßigkeiten und für Schleim und Wasser an! Ich habe alles, was du brauchst! Wow! Vergiss dein Smartphone und dein Wasser nicht! Die Süßigkeiten sind hier! Wo ist mein Schleim? Der war doch hier! Leute, wisst ihr, wo mein Schleim ist? Sagt es mir in den Kommentaren! Das ist so klebrig! Ups! Hm! Ich werde so tun, als würde ich hier arbeiten! Lass uns etwas Schickes aussuchen! Hm! Okay! Willkommen! Ein bisschen Magie! Und jetzt steht die teure Vase an einem sehr ungünstigen Platz! Ups! Tut mir leid! Oh! Du musst dafür bezahlen! Das ist alles, was ich habe! Tschüss, Ohrringe! Bye! Warte, Nancy! Ich muss die Ohrringe vergessen! Oh, verstehe! Sternenohrringe! Ich habe eine Idee! Ich habe Haarspangen! Klebe deinen Plastikstern auf eine Haarspange! Ihr braucht zwei! Sie wird sich freuen! Sei nicht traurig! Ich habe das hier für dich gemacht! Meine Traumhaarspangen! Schätzchen! Was ist denn los? Ich werde nie ein Hündchen bekommen! Ich habe eine Überraschung für dich! Sieh mal, was ich habe! Oh, Dad! Ein Hündchen! Danke! Gern geschehen! Hi! Ich muss jetzt los! Bye! Wie macht sie das nur? Ich bin zu Hause! Wo ist unsere Tochter? Josy, sie ist doch hier! Josy? Sie war gerade noch hier! Das ist wieder mal typisch! Archie! Wie konntest du... Warte! Ihr Lieben! Wisst ihr, wo Josy ist? Sagt es nicht! Sagt es mir in den Kommentaren! Mit wem redest du? Wo ist Josy? Wo ist Josy? Tschüss.